Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterworlds Plus. Wir spielen Judas! Und ich muss aufpassen, denn ich habe nur ein Herzchen. Und wie man weiß, ist das bei mir relativ bad, nur ein Herzchen zu haben. Money is Power. Ist nett. Aber ich werde mein Geld eher ausgeben, das ist das Problem. Ja, unser Geld wird uns halt als Damage abzugerechnet. Ja, Money, also Geld gleich Power halt, ne? Macht Sinn! Macht Sinn! Okay, ja, nice. Zack! Okay, 0,1 Damage pro Münze kriegen wir. Ja gut, ist jetzt nicht unbedingt halt übel krass tight, aber bei 99 Münzen hast du schon ein ganz gutes Damage ab. Das Problem ist halt, wie gesagt, ich werde auch... Nein, aua! Ich werde halt kaufen, ne? Ich werde halt Items kaufen. Ich muss das einsetzen. Das wird mir sonst zu anstrengend hier, mit den ganzen Fliegen und so, mit den ganzen Spinnen. Wird sonst echt zu schlimm. Und wir haben ja noch einen Raum zum Clearen, also wird das Buch auch wieder aufgeladen für den Boss. Außerdem können wir noch in den Shop gehen, wo vielleicht noch ein blaues Herzchen drin ist. Hoffentlich zumindest. Ein Schlüssel, schon mal schön, für die nächste Ebene. Zack, 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 komm schon, ja nice. Da kommt er. Okay. Huh! Waren wir im Halmraum? Ja, da waren drei Münzen drin, stimmt. Diese Ebene ist riesig. Ist es nix, L-Ebene? Nein, gar nichts, okay. Blaues Herzchen, schöne Sache. Nehmen wir mit. Bei denen ist zwar ein bisschen Damage, aber da ist mir das blaue Herzchen wichtiger. Und da unten ein rotes Herzchen. Brauchen wir nichts. Jedenfalls will ich dafür keine Bombe verschwenden. Okay, nice. Nice. Und, komm, nice. Hier ist eine Karte, Turf, Klaps. Hier, Bomben, ist nett, ne? Kein, oh. Kein Supergeheimraum. Hätte ich jetzt irgendwie erwartet, aber okay. Äh, klären wir den Raum da oben noch? Ja, machen wir. Ja, machen wir. Vielleicht ist das ein Miniboss oder so. Ja, ein Miniboss. Schöne, schöne, schöne Sache. Und da könnte uns die rote Spritze droppen. Womit wir beim Berühren, ja, Gegner vergibten. Und diese Gegner könnten uns dann schwarze Herzchen droppen. Und die macht, die macht Speeddown? Echt? Wusste ich gar nicht. Okay. Die rote Spritze macht Speeddown, Leute. Meine Haare immer noch, ey. Einfach nur Scheiße. Okay. Gut, dass wir das Buch haben. Weil Ragman ist anstrengend. Vor allem mit unserem Speed gegen seine Homingschüsse. Okay. Okay. Komm. Ja, schön. Wirb einfach deinen Kopf, dann ist alles gut. Schön. Haben wir ihn geschafft. Und Geld! Damage! Schön! Was? Wie sollen wir... Was? Wie sollen wir gerade unser Damage verloren? Wieso? Hä? Wie sollen wir gerade unseren Damage verloren? Äh, könnten wir mal gucken damit, ob hier der Geheimraum ist? Nein, schade. Wie sollen wir unser Damage verloren? Hatten wir nicht gerade neun Damage oder so? Und hier sieht es aus, als wäre hier der Geheimraum. Schade. Wir hätten uns in den Zacki-Zacki-Raum reinspringen können. Reinsprengen können, nicht reinspringen können. Das ist ja cool gewesen. Aber naja. Wir haben zwei blaue Herzen. Das heißt, wir könnten uns eigentlich riskieren, in den Zacki-Zacki-Raum zu gehen. Aber... Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Geld! Schön! Zack! Super geil! Geld ist immer schön. Shop more options! Nice! Also goldenes more options. Schön! Super geil! Wir haben Damage verloren. Aber more options ist halt echt super. Weil wir dadurch halt zwei Items im Itemraum haben. Das heißt, die Auswahl ist, ja, doppelt so hoch, ne? Macht Sinn. Äh, ich spreng mal hier, in der Hoffnung, dass wir den Supergeheimraum bekommen. Ja, nice! Schön! Mit roten Herzchen. Wow! Nicht so schön. Und Boss! Das ist Little Horn! Ah, deswegen... Ah, ja, Book of Belia. Stimmt. Deswegen hatten wir gerade unseren Damage verloren. Okay. Hab ich ganz vergessen. Hab ich ganz vergessen. Okay, komm. Kann nicht reinfallen. Okay. Und... Nice! Was? Die Treubombe geht noch? Nein! Oh Gott, ey. Wie lange die gerade gebraucht haben, um zu explodieren? Brimstone! Nehmen wir mit. Alles klar, Leute. Wir brauchen noch den Itemraum. Wir gehen in den Zaki-Zaki-Raum rein. Eindeutig. Meine Haare, ey. Hängen hier gerade genau über dem Auge. Genau im Auge oder so. In der Art halt. Jo. Ihr wisst, was ich meine. Bombe und Geld können wir nicht ran. Irgendwo lebt da noch was. Da lebt noch was. Da lebt noch was. Okay. Ne Bombe. Sehr geil. Da oben war nämlich ein blaues Herzchen. Wir brauchen unbedingt Speed-Up. Und... Was war das denn? Was war das denn? What? Äh... Wir nehmen das denn mit. Definitiv. Dry Baby. Das fängt halt Tränen ab. Und wenn es Tränen abfängt, dann macht es manchmal Schaden. Äh... Beziehungsweise dann macht es den Necronomicon-Effekt. Also macht Schaden halt. Was für ein Miniboss war da unten? Was für ein Miniboss war hier? Ach, stimmt. Stimmt. Okay. Der Geheimraum wird wahrscheinlich... Wow. Entweder hier oben links sein oder neben dem Itemraum. Aber wir haben eh keine Bombe. Das heißt, es bringt nichts. Okay. Wir haben... Oh, nur zwei... Sechs Minuten für zwei Ebenen gebraucht. Alter. Gut. Wir sind halt übellangsam, ne? Wir sind halt übellangsam. Mussten gerade hin und her rennen die ganze Zeit. Okay. Wir gehen erst mal oben lang. Okay. Das hätten wir. Und hier. Schön. Gehen wir hier? Okay. Vom Spawnraum links und hoch ist halt beides der gleiche Weg, so gesehen. Okay. Alter. Ist das ein Curse? Nein. Ist das Curse of the Lost? Wir können keinen XXL-Ebene haben. Äh, XL-Ebene. Nicht XXL. Lebt da noch was? Da lebt noch was. Hallo. Okay. Hier gehen wir runter. Dann gehen wir mal nach rechts. Hier haben wir nur sowas. Zwei Superbomb, Alter. Und die halten so viel aus. Trotz Brimstone. Jara? Hagalas. Schade. Okay. Gehen wir nach hier. Das ist doch dumm. Das ist doch dumm. Geld. Und noch mehr Geld. Die Bombe auch nochmal. Zwei Bomben insgesamt sogar bekommen. Schön. Und Hagalas macht auch Kackhaufen kaputt. Das ist super zu wissen. Zack. Okay. Was haben wir hier? So ein Raum, der übel anstrengend ist. Ach, komm. Ich da gerade getroffen wurde, ey. Okay. Okay. Super. Ich glaube, hier geht's zum Boss. Ich glaube, hier geht's zum Boss. Aber das heißt, wir werden erstmal die anderen Räume suchen. Gleich, wenn hier der Boss ist. In der Hoffnung, dass wir irgendwie vielleicht noch ein HP-Upgrade oder so bekommen. Damit wir in den Devil Deal reingehen können. Das wäre nämlich sehr gut. Das wäre sehr, sehr gut. Hier oben war die Kiste. Unten war nichts mehr. Und wir konnten noch hier rechts lang. Oh Gott, oh Gott, Alter. Das war gerade knapp. Hier kommen wir wieder zum großen Raum. Genau, zu dem Raum. Ach, die ganzen Fliegen. Also, ja, die ganzen Fledermäuse kommen her. Und ich will da mal kurz hin, Alter. Ich kenne diesen Raum nicht. Wir müssen wissen, was da hinten ist. Goldene Schlüssel. Joa, komm, warum nicht? Bobs Brain, warum nehme ich dich mit? Scheiße. Ja, vielleicht war es kein Fehler. Ich weiß es nicht. Mann. Ich weiß es doch auch nicht. Das öffnen wir. Okay. Okay. Ich habe Angst vor Bobs Brain, Alter. Ich habe richtig Angst vor Bobs Brain. Aber okay. Bomben nehmen wir mit. Hier ist der Shop und der Itemraum. Sehr geil. Das Drinket nehmen wir auch gleich mit. Schön. Ähm, das. Und das nehmen wir auf jeden Fall mit. Top Heads brauchen wir nicht. Und das. Ja gut, unsere... Wir können, glaube ich, jetzt eine Karte tragen. Genau. Aber unsere Karteneffekte werden doppelt eingesetzt. Das ist ganz cool. Ja. Gut, auf zum Boss. Wir sind halt so langsam. Das ist unglaublich schlecht. Wir sind übel langsam. Ja, Mann. Wir haben keinen HP-Upgrade mehr bekommen. Aber vielleicht haben wir ja die Chance auf einen, ähm... HP-Upgrade im Boss-Raum. Genau. Oder... Halt auf Krampus im Devil-Deal. Oder ein Item, was uns blaue Herz hin oder so gibt im Devil-Deal. Wenn wir es aufsammeln halt. Oder gar kein Devil-Deal. Das geht auch. Das geht auch. Haha. Nice. Super. Okay. Diesmal haben wir keinen... Kein Fluch? Gar keinen Fluch? Gar keinen Fluch. Und wir sind schon beim Boss. Okay. Äh... Machen wir ihn schon? Wir machen ihn noch nicht. Es ist dumm, wenn wir ihn jetzt schon machen. Hier ist ein Loop, wie es aussieht. Ja. Ein Loop. Okay. Das ist richtig geil eigentlich gerade. Kommt mir gerade sehr... ...entgegen. Schön. Sehr schön. Und... Sehr schön. Komm, hier unten muss nur Itemraum sein. Shop ist jetzt gerade egal. Wir brauchen nur den Itemraum. Und Shop. Okay. Das Spiel liebt mich gerade. Ha! Echt? Das ist unglaublich geil. Finden beides die ganze Zeit auf einem Haufen. Sehr cool. Sogar Greed. Das heißt, noch mehr Geld. Außer... Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, außer er droppt uns halt ins Steam-Sail, aber hat er nicht. Siebener Damage. Das ist schön. Das ist echt schön. Und wir nehmen das mit. Speed up. Das ist das, was wir gerade brauchen. Das war knapp. Und... Mach ich das? Nein, ich mach's nicht. Nein, ich mach's nicht. Ich mag ja nur überlegen, ob ich rübergehe. Über die Stacheln zu der Kiste. Aber es wäre dumm gewesen. Okay, schön, Bob's Reign Gift. Das war super. Und... Schön! Ein blaues Herzchen du bekommst. Schade. Und Krampus. Okay. Oh Gott. Uhu. Kohle, Kohle. Yeah. Kohle mit Brimstone ist übel gut. Weil du halt mit Brimstone sowieso die übelste Range hast. Und if man Range auskennst und... Kohle macht halt... Je weiter die Tränen fliegen, also auch der Brimstone, je länger der fliegt halt, desto mehr Damage machen wir. Das ist sehr gut. Warms Herz. Ah, wir setzen Mastars ein. Kein Bock, den Dings jetzt zu machen. Bronstroße Lunge. Geht das? Alter! Jo! Ist ja geil. Das ist ja mal übel gut. Ist das geil. Okay. Das ist eine geile Kombi, Alter. Das ist eine geile Kombi. Heieiei. Nett. Auf jeden Fall sehr nett. Ähm... Ich will noch in den Shop reingehen. Wir haben genug Zeit eigentlich. Und das würde ich sprengen. Und hier würde ich sprengen. Cool. Und in dem Shop ist nicht... Warte, wir sind auf... Damz 1. Oh, schön! Wir haben gutes Damage. Wir haben übelst geile Kombi. Das ist... Ach, Mann. Das ist ein schöner Run. Bam! Das Shop muss hier irgendwo sein. Demnächst in der Nähe. Was? Ach, komm schon, ey. Als ob der da unten ist. Was? Oh, sonst ist ich denn immer so relativ in der Nähe des Bosses oder so. Ja, nicht immer, aber öfter mal. Und ein Zacki-Zacki-Raum. Irgendwie will ich da reingehen. Aber irgendwie auch nicht. Gucken wir erst mal in den Shop. Ähm... Das will ich haben. Das spreng ich. Dice-Chart. Und Doppel-Bobben-Drops. Und Stores-Energy. Okay, aua. Das sind nette Items auf jeden Fall. Ähm... Dies holen wir uns, damit wir den Dice-Chart bekommen. Denn der re-rollt die Pick-Ups und die Podest-Items in dem Raum, in dem wir uns befinden. Zwei blaue Herzchen. Sehr geil. Okay, zwei Bomben. Zwei Troll-Bomben. Nett. Oh Gott. Dass ich da immer wieder raufrennen will, ey. What the fuck? Zack. Okay. Meine Haare schon wieder, ey. Die fallen hier immer links von der Seite einfach runter. Die sind nicht mal lang. Die sind nicht mal schwer. Nichts. Okay, wir haben nur noch sechs Minuten für die nächste Ebene. Oh, wow, 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 wow. Mit Boss. Wir können das Buch einsetzen. Bam. Wow, Bob. Das Rain hat gerade übelstes Damage gemacht. Range und Luck ab. Okay. Range brauchen wir nicht. Luck ist okay. Das machen wir. Zack. Das ist schön. Oh, Geld. Damage. Holy shit. Wow. Wow. Einfach wow. Unser Damage ist gut, ey. Unser Damage ist sehr, sehr gut. Wir haben sogar Chubby gewonshotted, Alter. Gewonshotted. Da ist ein Blaustein. Ich habe nicht gesehen. Aber so langsam bin ich wieder bei Isaac drin. So langsam bin ich wieder dabei. So, am Anfang ging das ja gar nicht, wo wir einfach so übel gefailt haben, weil ich übel gefailt habe die ganze Zeit. Aber jetzt mittlerweile ist wieder okay. Würde ich mal meinen. Weg. Da ist noch einer. Schön. Item Raum. Äh, Spektraldrehen brauchen wir eigentlich nicht. Was ist das? Ach ja. Okay. Ah, okay. Du hast Spades einsetzen. Stimmt. Oh, das kann ich mal... Wieso re-roll ich nicht? Was ist denn mit mir? Hm. Eigentlich würde ich mir das, glaube ich, am besten für den Boss Rush aufheben, das re-rollen. Jetzt muss ich mir so... Wo ich mich gerade frage, warum ich nicht re-rollt habe. Macht eigentlich Sinn. Ja, doch. An sich schon. Ähm. Ja. Die Bohne. Ist halt... Ne Bohne. Brauchen wir nicht. Unser Buch ist darum einiges besser, aber die Spektraldrehen brauchen wir halt auch nicht, weil wir durch Gegner und durch Wände und so durchschießen können. Also durch Steine und sowas. Mit dem Brimstone. Also bringen uns die Tränen eh nichts. Deswegen dachte ich mir, hebe ich lieber die Bohne auf. Dann müssen wir das Item die wieder aufheben. Hier, re-roll ich mal. Nochmal. Kompass nehme ich mit. Mehr brauche ich nicht. Okay. Da sind Spinnen. Oh Mann. Schade. Ich habe gerade gekauft, dass ein Brimstone nach hinten schießt. Ah, Monstrous Lunge und Brimstone. Alter. Was ist denn eine coole Kombi. Ist hier der supergeheimrauber? Oder hier? Nirgends. Wie sieht das aus? Also, eindeutig cooler. Bam! Cool. Unser Brimstone sieht halt übel geil aus. Damage und Shot Speed Up. Ein Guppy-Item. Wäre halt nett einzusammeln eigentlich. Wieso kommt hier manchmal ein Engel? Ich verstehe es nicht. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Ich dachte, ich schad das. Ja! Und den Engel besiegen. Schieß schräg. Okay. Nice. Schlüssel. Boah, ich würde das Guppy-Item-Liber auch gerne mitnehmen, aber... Können wir nicht machen. Äh... Das macht keinen Sinn, wenn ich das mitnehme. Dann habe ich ein Herzchen. Und dann haben wir den auf Babylon-Effekt nicht mehr. Nehmen wir das mit. Haben wir Egg-Bombs? Wer ist da? Oh! Befallen! Hallo! Also den Boss Rush packen wir, glaube ich. Ich muss das Buch jetzt nicht nochmal einsetzen, Leute, weil es stackt nicht. Muss man das da zerstören. Sonst töte ich mich damit noch nachher irgendwie. Aber wenn wir den Boss Rush nicht packen, dann bin ich dumm. Dann bin ich übel schlecht. What the fuck? Oder Bobs Brain hat mich wieder gekillt. Das kann auch sein. Alter! Wir one-shotten einfach alles. Wovon habe ich Damage bekommen? Ach, da war wahrscheinlich der Blutspur auf dem Boden, ne? Oh, Mann. Aber wir bekommen random den Polaroid-Effekt durch das Item, äh, durch das Sternzeichen Virgo, was ich einmal aufgehoben hatte. Wer ist hier noch? Ach so, Horn, okay. Bapp! Besiegt. Haben wir den? Den einmal haben wir auch besiegt, Alter. Mega fett, die ist ja auch easy einfach. What the fuck? Das Game ist so gut gerade, ey. Dieser Run. Oh, schön. Schöner Run. Ohne Witz. Schöner Run. Einfach nur ein schöner Run. Wer ist denn da? Jura's Shadow. Oh, schön. Und das nehmen wir mit. Das brauchen wir nicht. Ich muss irgendwo einen blauen Stein übersehen. Ich glaube nicht. Wir gehen weiter. In die nächste Ebene. Oh, nett. Netter Run. Ohne Witz. Ist ein schöner Run. Ein sehr, sehr schöner Run. Fliegen wäre halt noch nett, aber wir können nicht alles haben, ne? Zack. Oh. Äh. Okay. Hier gehen wir rein. Nehmen wir mit. Sissy Longlegs. Ist okay. Einfach auf Abstand kämpfen. Lol. Unsere anderen Brimstone-Schüsse schießen sogar weiter, auch wenn ich meinen Brimstone wieder auflade. Oh, okay. Das ist okay. Das ist okay. Ich würde noch gerne versuchen, in den Zacki-Zacki-Raum zu gehen, aber können wir nicht. Denn wir haben kaum Herzen. Die Bomben will ich mitnehmen. Äh. Kein Steinchen mit einem Kreuzchen. Auch hier nicht. Glaube ich. Ne. Also ja, da sind ganz viele Kreuze drauf, aber doch. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn bestimmt instant gesehen und gesagt, ey, klar, ist da einer. Kannst du mal... Danke. Zack. Kiste. Äh. Wie sieht das aus? Nichts anders. Okay. Das sieht cool aus. Swag-Punkte. Ähm. Wow. Daddy Long Legs. Ne. Aua. Wie ist der nochmal? Scheiße. Geht der Name nicht ein. Oh nein. Oh, diese Random-Schüsse sind halt übel bad. Übel schlecht für uns. HP-Upgrade. Will ich nicht mitnehmen. Will ich nicht mitnehmen. Denn das ist schlecht. Denn dann haben wir den Horror-of-Babylon-Effekt nicht mehr. Sprengen. 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 Für mehr Geld. Und das heißt mehr Damage. Und ein blaues Herzchen. Das ist schön. Das ist sehr schön. Bräuchten wir ganz viele blaue Herzchen. Damit wir uns vielleicht in den Dark-Room porten können. Wenn wir noch einen Devil-Deer bekommen. Wäre das natürlich auch ganz geil. Emperor. Das machen wir. Oder? Was machen wir das? Macht Damage im ganzen Raum, oder wie? Ist das jetzt nicht so nötig? Brauchen wir nicht? Hallo. Besiegt. Easy. 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 Wir nehmen mal Emperor mit. Porten uns gleich zum Boss. Da oben ist... Oh. Den Raum will ich aber gleich noch machen. Ne, da oben. Und... Nein. Nicht aufgeladen. Wir haben die Phase nicht übersprungen. Scheiße. Okay. What? What? Devil-Deal? Devil-Deal. Scheiße. Ich hätte... Jetzt kann ich in den Raum nicht mehr reingehen. Scheiße. Okay. Wir haben Eve an... Nein, Blue Baby unlockt. Und Blue Womp. Jetzt können wir zur Hush. Okay, schön. Jetzt haben wir Hush-Esch freigeschalten. Hush. Da ist ein Opferungsraum. Okay, Leute. Wir brauchen ganz viele blaue Herzchen. Ich mach das erstmal so. Besiegt dann alles. Jede Welle. Alter, der ist einfach in mir gespawnt. What? Okay. Ist hier noch irgendwie... Blaues Herzchen irgendwo drin oder so. Das wäre ganz geil. Nein, nur rote Herzchen. Wir haben leider keinen Dark Bum. Manu. Wir klinieren jeden Raum, Leute. Jeden Raum. Aber wir haben jetzt, glaube ich, Satan und die Kathedrale und so allgemein standardmäßig freigeschalten. Nach Mom. Können wir da jetzt automatisch hin, glaube ich. Ich glaube es. Also nach Moms Herz meine ich jetzt. Oder erst nach dem elften Mal. Ich glaube, erst nach dem elften Mal besiegen. Aber wir haben Blue Baby freigeschalten, Leute. Das heißt, wir können im nächsten Part einen Run mit Blue Baby machen. Schön. Ich mag das Blue Baby. Ist ein schöner Charakter. Ist ein schöner Charakter. Oh Gott. Huh. Ist hier der Geheimraum? Nein. Ist hier der Geheimraum? Nein. Okay, das machen wir, nachdem wir alles gecleatet haben. Geheimraum uns zu suchen. Geh weg. Schön. Können schon mal gucken. Ist hier der super Geheimraum? Oder hier? Oder hier? Nein. Nein. Okay. Im super Geheimraum können ja auch überall blaue Herzchen sein. Ist hier der super Geheimraum? Ist hier der Geheimraum? Äh, ist hier der Geheimraum oder hier der super Geheimraum? Nein. Okay. Gut. Hier unten haben wir alles abgeklappert. Hier kann nirgends der Raum sein. Super Geheimraum? Nein. Geheimraum? Ja. Okay. Habe ich irgendwie nicht erwartet. Speed Up. Schön. Ich mag Speed Up. Speed Up ist immer nett. Blaue, äh, schwarze Herzchen meine ich. Irgendwie. Wir haben genug Bomben. Also Bomben haben wir echt genug. Kiste. Blaues Herzchen. Sehr geil. Kein super Geheimraum. Kein super Geheimraum. Okay. Das machen wir. Bomben. Okay. Super Geheimraum? Nein. Okay. Wir haben alles verlangsamt. Okay. Ich darf jetzt nur nicht getroffen werden. Das ist super Geheimraum. Okay. Das ist sehr geil. Oh, schön. Wir verlieren zwar ein bisschen Damage, aber das ist egal. Wir haben allgemein gut Damage. Komm schon. Bauen wir doch blaue Herzchen, Mann. Oh, Mann. Das ist grad doof. Das ist grad sehr doof. Temperance. Alter. Das war knapp. Zack. Rote Herzchen. Wow. Ach komm schon, ey. Was ist denn ernst? Blaues Herzchen. Nice. Sehr geil. Ein Trinker, das ich nicht brauche. Okay. Karte. Judgment. Die beiden spreng ich. Chariot. Tower. Blaues Herzchen. Sehr geil. Okay. Vielleicht finden wir noch Geld. Hier sind noch Totenköpfe drin. Hier könnte auch noch schwarze Herzchen drin sein. Nein. Eine Karte. Holen wir uns gleich. Lass mal raus und wieder reingehen, damit der Typ nicht mehr da ist. Tuch Spades. Wow. Justice. Geld. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Schade. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal Satan, würde ich sagen. Nochmal Geld, das ist schön. Blaues Herzchen, sehr schön. Können auch noch in den Zaki-Zaki-Raum reingehen. Vielleicht sind da ja zwei schwarze Herzchen drin. Wir haben auch echt, wir laden echt schnell auf, ne? Da hat uns gerade das Dry-Baby beschützt, Alter. Sonst hätte ich da gerade Schaden bekommen. Oi, oi, oi. Okay. Komm, noch einmal stampfen. Nice. Satan haben wir schon mal. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben hier ein paar Herzchen. Okay. Moment. Bombe und Geld. Okay. Geld? Dann gehen wir jetzt... Totenköpfe. Okay, eine Karte. Tour of Clubs. Okay. Äh, wir gehen mal mit Chariot rein. Bekommen ein schwarzes Herzchen, was wir gleich wieder verlieren werden. Okay. Hat jetzt... Wir haben jetzt keinen Verlust oder so gemacht. Okay, dann gucken wir doch mal, ob wir irgendwo vielleicht Totenköpfe haben oder so, die ich übersehen habe. Nein. Nein. Aber wir spawnen wahrscheinlich auch noch blaue Herzchen, wenn wir, ähm, an dem Raum spielen, ne? Glaub schon. Ich bin mir nicht sicher. Haben wir noch hier was übersehen? Pilze. Wird der Magic Mashroom noch drin sein. Oder eine Pille. Infested Pille. Okay. Okay, und auf dem Weg haben wir auch keine Totenköpfe mehr gesehen. Auf dem Weg zum Boss, meine ich jetzt. Können wir noch hier dran ein paar Mal spielen. Loop. Okay. Okay, dann gucken wir mal. Erstmal... Spielen. Ach so. Och. Okay. Geld. Das ist schon mal nett. Wir könnten nochmal dran spielen, an dem Automaten. Okay. Okay. Geld. Wafer. Hätte ich vorher gebrauchen können. Ich glaube, das wird nichts, Leute. Ich glaube, das wird nichts. Nee. Das wird nichts. Das wird nichts. Den Wafer hätten wir vorher gebraucht. Den Wafer hätten wir eindeutig vorher gebraucht. Mann. Schade. Weil der Wafer macht jetzt, dass wir nur ein halbes Herz in Schaden kriegen. Wuh. Wuh. Oh Gott. Warum setze ich denn da nochmal Dings ein, ey. Tower. Aber gut, Leute. Wir haben Satan besiegt. Wir haben Blue Baby freigeschaltet. Juhl. Das Zunge. Das Negativ und das Polaroid. Nicht? Nee. Wir haben nur so auf Satan besiegt. Stimmt. Jetzt können wir automatisch, also standardmäßig zu der Lamp gehen, wenn wir das Negativ nach Marm mitnehmen, Leute. Ist ganz cool. Wir müssen den Greed Mode auch irgendwann mal machen. Den Greedia Mode. Aber das machen wir später erst alles. Hard. Auf Hard machen wir als nächstes erstmal. Stimmt. Die Inden haben wir schon die Lamp besiegt. Stimmt. Mit Samson? Wir könnten mit Samson, also Samson, in Dark Room, also zu The Lamp und Satan gehen. Rein theoretisch im nächsten Part. Aber nee, im nächsten Part will ich erstmal Blue Baby machen und dann gehen wir, glaube ich, erstmal zu Isaac. Ich glaube schon. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei DAS nächste Mal wieder. Haut rein.